Bei Ermakovas Comeback verlor auch TV-Moderatorin Andrea Kiewel in der ZDF-Show den Überblick. Gut zwei Wochen nach ihrem Triumph bei Let's Dance hat Anna Ermakova ein erfolgreiches Comeback im deutschen Fernsehen gefeiert. Die Tochter von Boris Becker begeisterte bei ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, 4. Juni, nicht nur das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg. Auch Moderatorin Andrea Kiewel war völlig aus dem Häuschen. Die ZDF-Sendung am Sonntagmittag stand unter dem Motto, Disco Fox, ganz im Zeichen des Tanzes. Und Anna Ermakova hatte als Amtierender. Dancing Star, die Ehre, den Anfang zu machen. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin eröffnete die 23-Jährige den ZDF-Fernsehgarten mit einem Tango. Anna Ermakova Andrea Kiewel outet sich im ZDF-Fernsehgarten, als Fan von Tochter von Boris Becker. Nach der spektakulären Tanzeinlage von Anna Ermakova im ZDF-Fernsehgarten, tobten die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein Andrea Kiewel war ebenfalls überwältigt. Selten hat mich ein Gast so berührt wie sie. Schwärmte die ZDF-Moderatorin, und outete sich als großer Fan von Anna Ermakova. Im anschließenden Interview hielt sich Anna Ermakova sehr bedeckt. Auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen gab die Londonerin keine aufschlussreiche Antwort. Ermakova wolle sich Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie es weitergehe. Wie gewohnt bedankte sich die Tochter von Ex-Model Angela Ermakova bescheiden bei ihren Fans. Andrea Kiewel sorgt für Konfusion bei Interview mit Anna Ermakova. Da Andrea Kiewel ihre Fragen an Anna Ermakova auf Englisch stellte, entwickelte sich das Gespräch etwas merkwürdig. Für das TV-Publikum wurden die Fragen überraschend nicht ins Deutsche übersetzt. Auch Anna Ermakova wirkte irritiert. So entstand ein bunter Mix aus Englisch und Deutsch. In den sozialen Netzwerken wurde Kiewels Interviewführung entsprechend kritisiert und belächelt. Die ZDF-Moderatorin verlor am Ende des Gesprächs offenbar selbst ein wenig den Überblick. Mit einem Merci verabschiedete Kiewel Ermakova auf Französisch. Wegen Anna Ermakova. Tumultartige Szenen beim ZDF-Fernsegarten. Im weiteren Verlauf der ZDF-Show zeigten Anna Ermakova und ihr Showpartner noch einen Paso Dobel zu Kate Bush's Running Up Wettel. Danach musste das Sicherheitspersonal eingreifen, da sich auf dem Lerchenberg fast tumultartige Szenen abspielten.